So, schauen wir mal hier noch ein bisschen rein. Los geht´s. Na, hau ab, hau ab. Oh, das war knapp. Ah, dafür kommt es jetzt. Misthaken. Einmal geschreddert. Ganz schön füllegrüner Krimpel bei. Oh, nein. Oh, nein. Ja, Mann. Wieder alles kaputt. So wird das doch nichts. Oh, da hüpft er. Oh, nein. 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 Los, komm! Ach, Lump! 1850, naja. Jetzt hier weiter. Oh, macht er doch bestimmt gleich wieder voll hier. Na? Oh, da ist ein Luftraum. Wow. Oh, da ist ein Luftraum. 43, das lohnt doch auch noch nicht. Ah, langsam füllt er sich. Das ist nur die Frau wie lange. Ja. 63. Gucken wir hier rein. Oh, 25. Ja, das ist schon mal nett. Ja, das ist schon mal nett. Uiuiuiui. Uiuiui. Sehr schön. Komm, noch ein paar Dicke. Raus, komm. Mach nochmal drei. Na, weg ist er. 91. 50. Hm, sollten wir uns die sichern oder machen wir weiter? Alter. Da fühlt sich ja schön. Schade, das jetzt anzunehmen. 15. 20. ja bis morgen die sofort ihr Wille mitnehmen können sehr schön na ich denk mal du machst da mal deinen Riegel vor so jetzt reicht es aber jetzt ist Schluss mit Lustig alter oder treiben jetzt will er so weit bis er weg ist nein 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 so macht was ihr wollt nehmt jetzt mit dann wäre er sicherlich in der Hose her alter Falter das war knapp her damit meins ja 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 ja